Hey, herzlich willkommen auf meinem Kanal Linda über Liebe. Du bist im vierten Video der Reihe Phasen der Paarentwicklung gelandet. Und nochmal kurz zur Erinnerung, die erste Phase war die Verliebtheit, die zweite Phase die Symbiose, die dritte Phase waren die Gegensätze. Dazu gibt es natürlich auch jeweils Videos. Kommt gerne auf meinem Kanal vorbei und guckt euch die auch an. Jetzt sind wir allerdings schon in der vierten Phase in der Paarentwicklung und die nennt sich der Kampf. Schließt sich direkt an, an die Phase der Gegensätze. Hört sich erstmal dramatisch an. Kann es auch sein. Also ja, ich erzähle euch gleich was dazu. Bevor ich das aber tue, möchte ich noch eins wirklich sagen. Und das habe ich auch in allen anderen Videos schon gesagt. Ich wiederhole es hier aber auch gerne nochmal. Es ist völlig normal, dass wir uns innerhalb von Paarbeziehungen in Konflikten befinden, dass wir Zweifel haben, dass wir Ängste haben, dass wir nicht genau wissen, wie es weitergeht, ob das alles richtig ist, dass wir das ganze Ding zwischendurch mal in Frage stellen. Das gehört alles dazu. Und es ist in Ordnung und es ist normal. Und es ist sogar notwendig.